Hi Leute und willkommen zu Darksiders 3. Ich habe jetzt gelesen bei der Steam Community, man kann mit dem Blitz, dieses Schweben, was man hat, wohl irgendwie mit dem Strom hier nutzen und darüber schweben angeblich. Aber ich weiß irgendwie nicht, wie. Ah. Länger gedrückt halten. Okay. So. So. Jetzt haben wir auch einen neuen Weg praktisch. Aber wie ich da rüberkomme, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall könnten wir wohl auch da oben hin, wenn ich das verstanden habe. Okay. Okay. Oh Gott! Okay, dann gehen wir hier mal lang. Und weil wir hier nicht weiterkommen, gehen wir halt unten lang. Beziehungsweise hinten auf die andere Lücke, die wir noch gesehen haben. Das Problem ist halt, Boss wird uns halt in der anderen Richtung angezeigt. Das heißt, vielleicht sollen wir hier noch nicht hin. Hallo? Ähm, ja. Warum? Lässt mich halt einmal erstmal runterspringen, damit ich Leben verliere. Okay. So. Die Sturmfähigkeit bleibt im Wasser aktiv. Okay. Okay. Da, erstmal hin. Womit kann dir diese Plastie zahlen? Wie du willst. Ich glaube, hier kommen wir noch nicht durch. Ich hätte das gesagt. Okay, das habe ich mir heute schon gedacht. Dann gehen wir unten bei der Kreuzung lang. Womit kann dir dieser Bescheid? Bitte, lass dir Zeit. Das ist richtig cool bei der Steve Community. In der Community hat halt einer schon, soweit wie er gespielt hat, immer schon ein paar Scream Shots gemacht. Hat immer so, wo ist da ein Durchgang und so weiter von den ersten fünf Stunden, die er gespielt hat oder so. Okay, hier habe ich ein Teil schon mal gemacht. Da hinten waren wir ja einmal. Das hatte ich geholt. Hier sind ganz viele an den Wänden. Das sieht man da schon. Und hier unter uns auch. Da hinten ist nochmal so ein etwas stärkerer. Hinten um die Ecke war glaube ich auch Loot. Und da drüben bei dem ein Skelett da war auch Loot. Ansonsten war hier glaube ich nichts weiter. Wir müssen halt hier vorne durch. Okay. Okay. So. Das nächste. Das nächste. Das nächste. Hier war einmal noch. Genau. Dann. Ähm. Da hinten lag nochmal Loot. Hier sind auch so ein paar Viecher und so ein halbunsichtbarer. Da unten sind drei von diesen dicken Viechern. Da liegt auch dreimal Loot und irgendwie so ein Gang zum reinkrabbeln ist da hinten in der Ecke. Ansonsten irgendwie so ein Dämon ähnliches Viech mit Flügeln. Das uns wahrscheinlich gleich töten wird. Ne. Lassen wir Billits mal an. Mal gucken was das hilft gegen den. Ja. Guck. Hier zeig ich dir das Boss Ding auch her. Da kommen wir mal. Die sind einfach krass drauf die Viecher. Ahem. 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 Wollen wir doch nochmal woanders gucken gehen? Denn die... trauen mich ja komplett auszumillieren. Immer noch. Sie eigentlich nicht machen sollten. Was wir versuchen könnten, ist das. Das ist praktisch das Gegenstück zu meiner Flammenform. Ja, und der versucht mich nach hinten zu beten. Weil da hinten halt noch zig andere Viecher stehen. Das kann er aber vergessen. Ich lauf einfach weg. Und jetzt komm ich. Hör doch auf. Guck wie der... Ich hasse diese Viecher, ne? Die wären die ersten Gegner, die ich aus dem Spiel löschen würde. Den anderen komm ich klar. Ja, da kann ich dealen mit diesen scheiß Dolch werfenden Viechern. So. Der wird, glaube ich, noch... Das ist doch mal nervig. Okay, der ist in mir irgendwie reingelaufen. Ähm, ich schwöre, vorher haben die mich weggemacht. Ist mir irgendwie ganz hart in den Schlag reingelaufen. Und wozu ist das hier? Eigentlich war der nicht so leicht. Dann ist hier so ein halb unsichtbarer. Dann ist hier so ein halb unsichtbarer. Ich muss jetzt gucken... Irgendwo war noch sowas. Genau. Da muss noch mal so ein komischer Dämonen...engel...füch...typ. Okay. 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 Easy. Hier wollen wir nicht runter. Hier war noch mal so ein Engel, den er gefressen hat. Und... Genau. Jetzt konnte man hier weiter... Aber ich weiß nicht, ob man wie weiter weiter... Und da hinten immer hoch hüpfen. Nee. Hier kommt man nicht runter. Ja. Das war's. Genau, das war hier. Ja, sobald hier wird's wieder zurückgegangen. Wir waren jetzt halt wieder da, weil wir einmal gestorben waren. Ja, und mehr seh ich halt schon wieder nicht. Ah ja, lass es. Ah ja. Sonst ist es wieder nur der Dicke. Da geht's halt nicht weiter. Da oben ist halt dieses andere Dunkle nochmal, aber keine Ahnung, warum das da ist. Ähm, joa, das war's eigentlich. Dann müssen wir bestimmt da unten in das Loch da über meinem Kopf, da hinten. Womit g- Das wird uns beiden Spaß machen. Wie du w- Komme. Ich bin schon wieder weg. Ich muss nicht aufstehen. Nein, danke. So, da hatte ich halt dieses Problem hier. Komme ich auch nicht hoch. Da haben wir halt zwei Sachen, wo wir nicht weiterkommen. Da hinten oben und hier. Lass dir das bitte. Womit kann dir dieser Bescheid? Bitte, lass dir Zeit. Mal gucken, das hier, das ist wirklich schon zum letzten Debiet. Ähm. Könnten hier nochmal hingehen. Da hatte ich schon einmal ein Item geholt, mit der Flammsprungfähigkeit. Gibt's hier so'n Windwirbel? Ich glaube aber nicht. Ah, danke für die Heilung. Ähm. Genau, da wollte ich versuchen rüber zu schweben. Aber ich weiß nicht, ob das geht. Ähm. Weil da ist nichts halt, wo man sich festhalten könnte. Let's. Macht sie nicht. Macht sie nicht. Jetzt zieh ich mir selber nur mit Leben ab. Ja, halt die Schnauze. Das ist Gepinge, ne? Ähm. Geh. Ja. 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 Ich kann doch mal hochgehen und da gucken. Das war der, das war auch nur... Das war auch nur der Shortcut. Ist da unten irgendwo was, was ich jetzt aufbekomme? Nein. Und wir konnten an der Kreuzung oben durch diesen kleinen Gang nochmal gehen. Dann in der Unterwelt hatten wir zwei kleine so eine Kriechgänge, die wir im Prinzip ja auch nochmal machen könnten. Ich nehme an, da wird nur Loot liegen. Ich nehme an, ich nehme an, ich nehme an, ich nehme an. Genau, hier war das, was wir nicht aufkriegen. Ich hatte halt gehofft, dass mit der Sturmfähigkeit das aufgeht. Aber nix. Den hatte ich noch nicht gemacht. Ich glaube, wir kommen da jetzt durch. Okay. Okay. Und zumindest das. Da müssen wir jetzt auch hoch rankommen. Dann kriege ich noch die Nervensäge mit den Dolchen erledigt haben. Sollen Autos magst du dich nicht festzahlen? Okay. Okay, hier ist auch nochmal ein Durchgang. Ah, so kommen wir nochmal über alles drüber. Jetzt sind wir praktisch dort drüber. Hier scheint irgendwie was zu sein, wo man klettern dran kann oder sowas. Sieht halt so aus, als wenn man da runter und hoch klettern könnte dran. Was macht da die Sturmfähigkeit? Nein. Gucken, wird das was? Nein. Nein. Das ist jetzt echt ein zweites Mal gehen. Was kannst du denn alles tun? das sieht das so aus so hochklettern und rumklettern könnte wenn nicht dass man hier irgendwie noch mal weiterkommt oder hier geht man jetzt bloß wieder zurück oder kann man da noch schade womit kann dir dieser bescheidene händler die das wir den zweiten spaß machen wie du willst lass dir Zeit können wir den anderen weg von der schmiede aus jetzt nehmen vielleicht wir hatten ja vorher diesen aufzug genommen können wir jetzt über diese brücke gehen und dort weiter naja die sind aber trotzdem links ist ungeil was darf es sein reiter da möchte wohl jemand mächtig austeilen was damit wirst du ordentlich verwüstung anrichten eins meiner besten stück interessant alles gute fury kann man den weg erst mal hier gucken das sind die beiden menschen die wir gerettet haben endlich kann ich beruhigt schlafen ich bin so froh jetzt hier zu sein lass dich nicht von dem großen fressen ich bin so froh jetzt hier zu sein genau hier können wir jetzt lang okay das heißt wir hätten hier schon früher schon lang können wo immer wir hier auch sind was immer wir hier auch machen können ah da hier so natürlich fällt mir da zum ende des videos ein ich würde schon wieder jedem entgegner das ist das hier illegaler drogenhandel aufhören ok video hört hier auf haben wir gesagt bekommen gerade dann schauen wir da im nächsten part weiter jetzt Ciao noiter guck